Melanie Müller, Dschungelkönigin in Love. So und nicht anders heißt ihre vierteilige Doku-Soap bei RTL 2. Ab dem 12. Januar geht's um die echten Gefühle. Vom Überraschungsantrag bis hin zur Traumhochzeit. Wir haben mit Melanie und Mike Klartext gesprochen. So läuft die Beziehung wirklich. Melanie Müller und Mike Blümer haben sich schon vor Melanies Karriere kennengelernt. War es denn Liebe auf den ersten Blick? Also wir haben uns in Leipzig kennengelernt. Melli war zu dem Zeitpunkt in der Gastronomie noch. In einem Leipziger Café in einer Barfußgasse. Und ich war zu dem Zeitpunkt dort Gast. Dort haben wir uns kennengelernt. Mir ist direkt aufgefallen, als ich dort das erste Mal war. Ob das jetzt positiv war, weiß ich nicht. Nein, sie sah ganz anders aus als andere Menschen. Sie hatte einen ganz blonden Helm aufgehabt zu dieser Zeit. Und ich habe das im ersten Moment gesehen und dachte, was ist denn das? Aber irgendwie hat es mich schon interessiert. Meine Haare bestanden zu 90 Prozent außer Haarspray. Ja. Der Liebe standen nicht nur 10 Tonnen Haarspray im Weg, sondern auch die Tatsache, dass Mike vergeben war. Weil er hatte ja früher eine Freundin und es ging alles nicht so einfach wie in einer normalen, frischen Beziehung. Von wegen zusammenkommen, zusammenziehen. Also das waren einige Bausteine, die dazwischen gespissen wurden. Und ja, aber jetzt sind wir seit sechs Jahren zusammen mit einer kleinen Unterbrechung, die uns auch ganz gut getan hat, glaube ich. Und ja, aber sind auch sehr glücklich. Doch Ende gut, alles gut, wird Zeit zum Auspacken. Was nervt in der Beziehung wirklich? Du bist ungeduldig wie nichts anderes. Bei Melly muss eine Idee sofort umgesetzt werden. Die muss möglichst gleich und nicht nochmal auf die lange Bahn. Und wenn sie auf die lange Bahn geschoben werden muss, ist sie auch sehr unleidlich in der Richtung. Das ist ein bisschen ein Punkt, der nervt. Und ein bisschen noch ein Zwilling dazu, das heißt, wenn der böse Teil mal gerade im Vordergrund ist, den sieht man auch auf ihrem Arm, das böse Kleine, dann wird es schon nervig. Also da drückt dann schon eine Energie durch, die ist nicht von schlechten Eltern und die lässt dann auch nicht los, die hängt fest. Also ich kann nerven wie ein Kleinkind, das kann ich gut. Kann ich wirklich nur bestätigen. Ja, also früh schütt mich wirklich seine Dauergute Laune, weil ich will echt früh kurz meine Ruhe haben. Oder wenn ich von irgendeinem Job gekommen bin, wo er mal nicht dabei ist, will er halt wissen, wie war es. Und ich bin halt, ich muss erst mal ankommen. Und ansonsten, ja, er schläft immer eher ein als ich. Ja, das ist echt nervig. Ich stehe auch mehrere Stunden vor dir auf. Ja, trotzdem ist es nervig. Es gibt viele Sachen. Es ist ja auch so tagesabhängig, ja. Und manchmal nervst du mich auch, wie du kaust, ja. Aber das ist jetzt nicht immer. Kennst du das, weißt du? Du bist einer schnurpt so eine Gurke und maikest den ganzen Tag Gurken und dann möchtest du sagen, lege jetzt die verdammte Gurke weg. Aber das ist nicht immer. Das ist nur so 80 Prozent im Leben. Und nur bei Gurken. Neben kleinen Reibereien gibt es natürlich auch jede Menge Knistereien. Vor allem mit einer Sache wickelt Melanie Maik sofort um den Finger. Na klar hat Melanie positive Seiten. Guck doch mal in das Gesicht da. Also, sag mal andersrum, mit dem Lachen kann sie mich völlig entwaffnen. Denn da sind in dem Moment sind alle, aller Groll ist da vergessen. Und natürlich hat sie gute Sachen. Ich könnte da mit den ganz banalen Sachen anfangen, die so jeder sagt, du bist so zuverlässig und hin und her. Aber Melli ist ein Mensch, wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie es durch. Verliebt, verlobt und verheiratet. Tja, das haben Melanie und Maik schon längst hinter sich. Auch wenn Maik nicht der Wunschkandidat war. Also ich bin von Anfang an nicht der Wunschkandidat, um zu hoffen Punkt zu kommen. Naja, also meine Eltern waren von Anfang an nach nie begeistert von den Männern, die ich mit nach Hause gebracht habe. Weil es waren halt immer schon Männer. Und nicht so werdende, heranwachsende Männer, sondern Männer, die schon so nach unten gehen praktisch. Die den Berg des Lebens schon beschritten hatten. Die den Zenit überschritten haben. Genau, die beim Niesen schon den Tropfen wohnen und nein, Spaß. Also es waren, ich hatte natürlich schon immer ältere Freunde und ich glaube, die haben sich dann irgendwann mal dran gewöhnen müssen. Und dann kam Maik, auch wieder älter und er war halt nicht immer der Wunschkandidat. Das war so, ob der zu mir gepasst hat oder in meinem Leben passt es irgendwie noch nicht so richtig rein für meine Eltern. Wir verraten ja nicht so bestand. Wir verraten nicht noch mehr zum Thema. Okay, letztes Thema. Wie sieht es in Sachen Kinder aus? Ja, Thema Kinder gibt es noch nicht. Es ist nicht in Planung. Nein, also man kann ja jetzt auch erst miteinander Sex haben. Da wir ja jetzt verheiratet sind, so in dem wir sprechen. Nein, es ist nicht in der Planung, es wird auch nicht drauf hin geackert oder sonst irgendwas, wie es passiert, passiert. Ja, denk dann, ich gehe straffend auf die 30 zu. Das stimmt, du wirst langsam zu alt für mich. Ja, eben. Mehr von Melanie gibt's im nächsten Video. So geht die Dschungelkönigin beim Panzerfahren ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.